Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video für Assassin's Creed 2. Wir schauen uns hier die Glyphe am Anfang an und ich zeige euch, wie ihr die Glyphe entsprechend lösen könnt. Die Lösung findet ihr dann sofort an dieser Stelle. Ihr startet hier mit so einer Art Bilderrätsel und da gilt es, alle Bilder zu markieren, die irgendwie einen Apfel enthalten. Und ich zeige euch jetzt hier, wie die Lösung ist. Bei allen Dingen ist es sehr einfach, da seht ihr bereits in der kleineren Darstellung die ersten drei, dass da einfach ein Apfel vorliegt. Das sind nämlich genau diese drei und danach könnt ihr die Bilder einfach größer machen. Ihr seht, da gibt es eine Zoom-Taste und dann erkennt ihr auch, welche anderen letztlich ihr dort markieren müsst. In diesem Fall habe ich das jetzt nicht gemacht, weil das mein erstes Rätsel, was ich gelöst habe, aber hier zeige ich euch die Lösung, die es am Ende des Tages ist. Und damit bekommt ihr hier diesen Innenapfel und habt auch diese Glyphe gelöst. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!